Mittwoch, der 13. Juni 2018. Es ist 18.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Miriam Hanger. Hallöchen und schönen guten Abend aus der Brücken. Willkommen zur Leistziehung der Lottozahlen am Mittwoch. Und unser Jackpot füllt sich auf wie der Wasserspiegel in vielen Teilen Deutschlands. Jetzt bloß nicht untergehen ist das Motto. Und so schauen wir, dass wir unseren Lotto-Jackpot heute loswerden können. Unser Ziehungsteam ist bereit. Ich bin bereit. Es ist alles kontrolliert und einsatzbereit. Ich drücke Ihnen jetzt die Daumen und sage Ziehung frei. Wir nähern uns langsam aber sicher dem längsten Tag des Jahres oder der kurzen Nacht, wie Sie wollen. Die Sommerwende steht an. Na, der Grillabendung ist ein bisschen Weihnachtsmann. Schöner Lottogewinn obendrauf. Das wäre doch was. Und hier ist Nummer 1 für heute. Es ist die 4. Heute sind wieder 5 Millionen. Und dann ist die 8. Der 1 für alle, die heute gespielt werden. Die Runde Nummer 2 ist da. Und das ist die 48. Das war nicht sehr. Das ist eine Superzahl angewiesen. Das ist für die ganze Zeit. Und dann von Hamburg. Glückwunsch zu 6 Richtigen ohne so gut zahlen. 1,1 Millionen. Kugel Nummer 3. Ah, wie schön. Ist die 3. Ungeknackt wie übrigens auch der Holger-Teklose. Der Wartum des Planen. Der Wartum des Planen. Schöne 90 Millionen im ersten Gewinnerhaus. Kugel Nummer 4. Wollt an. Es ist die 6. In der Suchhandel haben Sie die Zuschauer erst nachlassen. 5 mal 6 richtige Enzüge mit euch. 5 mal 100.000 Euro. Kein zunächst Glückwunsch dazu. Und hier ist Kugel Nummer 5. Es ist die 10. Mein Lottenspruch des Tages. Ich würde sehr durch gerne nutzen. Denn eng genug wissen, wie viel an der Schuhe. So kann man das doch prima rausfinden. Wenn wir mal einen Überweg verloren haben. Spaß. Letzte und sechste Gruppe heute. Ist die 46. Das sind sie. Die 6 richtigen am heutigen Mittwoch. Und nun geht es direkt weiter mit der Ziehung der Superzahl. Unserem Gewinn-Booster. Ich drücke Ihnen nochmals die Daumen und sage Ziehung frei. Ja, da wir immer live sind, schaue ich gerne raus, was los ist. Und ich sehe außer Regen und Wasser die Chance auf 5 Millionen im Jackpot heute. Dafür brauchen wir Sie natürlich. Unsere heutige Superzahl. Und es ist die 3. So. Unsere Glückszahlen schauen wir uns jetzt in unserer Übersicht gemeinsam auf dem Monitor an. Hier sind die Zahlen Lotto 6 aus 49. 3, 4, 6, 10, 46, 48 und die Superzahl, die 3. Bereits im Vorfeld haben wir die Gewinnzahlen von Spiel 77 und Super 6 ermittelt. Hier sind die Zahlen aus dem Spiel 77. 9, 1, 9, 3, 0, 9, 9. Und hier sind die Zahlen der Super 6. 7, 1, 9, 0, 7, 1. Liebe Zuschauer, alle Glückszahlenquoten und auch diese Ziehungssendung finden Sie natürlich auf lotto.de. Schön, dass Sie auch heute wieder reingeklickt haben. Natürlich können Sie sich die Ziehung auch hier im Studio direkt anschauen. Kurze Anmeldung über diese Adresse genügt und Sie fiebern hautnah mit. Am Samstag bin ich wieder für Sie da. Natürlich live in Farbe und mit frischen Gewinnzahlen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderschöne restliche Woche. Tschüss und bis Samstag. Die Live-Zielung werden nach der Zahlen nur auf lotto.de.